Ja, zum Beispiel, dass es sowas wie den Materialkompass gibt, der wirklich neutral und sagen kann, halt hier ist eine Grenze überschritten worden für den Lobbyismus in Material und dann kann das Material so gut, wie es auch aufbereitet wurde, vielleicht dann nicht mehr nutzbar sein für die Schule, weil dann einfach der Eingriff zu groß ist. Dazu kann man sagen, dass ich im letzten Jahr mit Frau Busse vom VZBV zusammen in einer Lehrveranstaltung nach den Qualitätskriterien des Materialkompass Unterricht, also Unterrichtsmaterial bewertet habe. Das war zum Forschendenlernen und die Studierenden durften sich dort selber Unterrichtsmaterial suchen, was sie im Netz finden, was sie interessant fanden und haben es dann anhand, also Kriterien geleitet anhand des Materialkompasses überprüft und geschaut, wie die Qualität des Unterrichtsmaterials ist. Das ist bei den Studierenden sehr gut angekommen, weil sie gesagt haben, das wäre was für sie, was sie in der Berufspraxis dann später verwenden können und sie hätten jetzt mal einen Blick dafür bekommen, wie die Qualität von Unterrichtsmaterial, wie man sie bewerten kann und wie sie vielleicht besser einen Einblick bekommen.